Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland und ich habe seit 100 Jahren endlich mal wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Anna. Anna und ich haben uns bei einem Täterhealing kennengelernt bzw. bei einer Ausbildung und sie macht richtig, richtig geile Arbeit. Sie arbeitet mit Kakao, mit Energiearbeit und weil das zwei Themen sind, die auf meinem Kanal hier noch nicht wirklich viel Raum hatten oder nicht genug, da habe ich mir einfach Unterstützung geholt von Anna und wir werden sie jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen und sie wird dann auch erzählen, was sind ihre Erfahrungen mit Energiearbeit, mit Kakao, warum ist Kakao so magic, warum hat das die letzten Jahre auch so einen Hype erlebt, was ist daran so cool, wie kannst du damit anfangen zu arbeiten und ja, über tolle Themen, die euch wahrscheinlich interessieren, wenn ihr gerne meinen Podcast hört, wie zum Thema auch emotionale Selbstregulation, vielleicht so das eine oder andere zur Intuition, zur Feinfühligkeit und ja, darüber tausche ich mich sehr, sehr gerne aus und deswegen, Anna, erstmal so die Frage, wer bist du und was machst du? Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin unendlich dankbar und vorfreudig auf die Zeit jetzt, die wir gemeinsam verbringen werden. Ich bin Anna, bin gerade wohnend in Wien, bin 26 Jahre alt oder jung und arbeite mit Frauen, hauptsächlich mit Frauen in die Richtung Körperarbeit, Energiearbeit und binde auch hier den Kakao mit ein. Also ich halte eins zu eins Sessions, die ungefähr so ein bis eineinhalb Stunden gehen, wo ich auf den ganzheitlichen Aspekt drauf eingehe. Also ich ziehe die TCM, die traditionelle chinesische Medizin mit ein, dann in die Richtung auch arbeite ich auch im Theta Healing, dann gehe ich in die Richtung Körperarbeit, da ich eigentlich aus der Sporttherapie komme, lasse ich auch die Arbeit am Körper mit einfließen und achte da darauf, dass ich individuell auf die Person drauf eingehe. Nebenher halte und leite ich auch Kakao-Circles monatlich, offline und online. Und ja, das war es vorab. Nice, danke für deine Vorstellung schon mal. Und eine meiner absoluten Lieblingsfragen ist, und da habe ich auch früher so voll viele Leute da im Club befragt oder Freunde befragt, weil es gibt ja so diese, laut meiner Meinung nach, so zwei Lager, Menschen, die in diese Welt kommen und die haben vielleicht so einen spirituellen Background in der Familie. Und bei manchen Leuten, wie zum Beispiel auch bei mir, war es so durch so eine Lebenskrise, dass ich zum Thema, ja zur Spiritualität quasi gefunden habe oder so das Thema Bewusstseinserweiterung und all that stuff. Wie war das bei dir? Was ist so dein persönlicher, spiritueller Werdegang? Ja, bei mir war es ähnlich wie bei dir, wie du vorhin erwähnt hast oder gerade erwähnt hast. Ich war damals im Ausland, also in Berlin, nicht so weit weg von Wien, aber für mich war es schon auch weit weg und war jahrelang zuvor im Übertraining. Also Übertraining im sportlichen Bereich, aber auch in der Arbeit in Form von nicht mehr jederzeit, fast jeden Tag, ja Leistungsdruck auferlegt. Und da ich aus dem Leistungssport komme, kannte ich nichts anderes als zu performen. Und in Berlin habe ich dann ein Praktiker in einer Physiotherapiepraxis absolviert und danach habe ich begonnen, dort zu arbeiten. Und ich war sehr intensiv in Kontakt mit Menschen und hatte bis zu 30 Patienten pro Tag betreut. Und irgendwann war ich so an einem Punkt, an dem Limit, wo ich nicht mehr konnte. Und der ausschlaggebende Punkt und Zeitpunkt war, wie mich mein Vater angerufen hat von Wien. Und er hat mich ehrlich gefragt, ja Anna, wie geht es dir? Und dann bin ich emotional komplett ausgebrochen und habe mir zum ersten Mal erlaubt, mich zu hinterfragen, wie es mir wirklich im wahrsten Kern geht. Und daraufhin habe ich auch beschlossen, wieder zurückzugehen nach Wien, eigentlich dann zu meinen Eltern aufs Land. Und da habe ich zum ersten Mal hinterfragt, was ich wirklich machen möchte, wer ich sein möchte. Und ja, wollte die Antworten im Innen finden und nicht im Außen, was ich die Jahre zuvor getan habe. Und als ich dann daheim war, habe ich wirklich drei Monate gebraucht, um zu realisieren, dass es okay ist, dass es für mich okay ist, nichts zu tun. Man wirklich nichts zu leisten kann, Sport zu machen, sondern einfach zu regenerieren und zu sein. Und das war der erste Schritt hin zu meines Aufwachens oder Ausbrechen aus meinem eigenen Käfig. Und man baut sich ja den Käfig, den eigenen Käfig ja meistens auch selbst durch Glaubensmuster und Glaubensthemen und so weiter. Und ja, das war eigentlich, das ist jetzt glaube ich drei Jahre her, das war der Punkt, an dem ich umgedacht habe oder zum Umdenken angeregt wurde. Was hast du da über dich selbst gedacht damals, vor deiner, ja, auch so Verwandlung, die dann in Gang gesetzt wurde? Boah, ja, dass ich leisten muss, um gesehen und anerkannt zu werden, vor allem vor meinen Patienten, dass ich immer mehr tun muss, mehr performen muss als notwendig. Ich habe mich da noch abseits der Arbeit, also ich habe dort 40 Stunden gearbeitet, von Montag bis Freitag, manchmal Samstag, mit all den Themen, also Physiotherapie, Sportprävention, Sportrehabilitation beschäftigt, um noch mehr Input bei der nächsten Behandlung zu haben. Weil ich dachte, dass das, was jetzt in mir ist, was ich an Wissen, an Weisheit gesammelt habe, an Erfahrung, nicht genug ist. Also ich hatte da so einige Glaubensthemen, von ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug, ja, ich muss immer noch mehr, mehr, mehr Sachen tun, Ausbildungen besuchen und so weiter. Gab es für dich einen Magic Moment, wo du dachtest, oh mein Gott, ich bin ein Mensch hier auf dieser Erde und alles ist noch so unendlich und ja, irgendwie so ein Moment, wo du dachtest, boah, da habe ich jetzt irgendwie, wir sagen ja im Theaterhealing Schöpfung oder ich sage gerne Unendlichkeit, so eine Energie gemerkt, so, oh mein Gott, wir sind alle eins oder so irgendeine Erkenntnis gehabt? Nicht zu dem Zeitpunkt, aber ein bis zwei Jahre danach, als ich eine Online-Ausbildung besucht habe, wo ungefähr 20 Frauen dabei waren und da hatte ich immer wieder mal so den Moment, vor allem in einer Kakao-Zeremonie, wo ich verspürte, boah, es ist noch so viel mehr da möglich, was ich selbst noch nicht realisieren kann und sehen kann und immer wieder komme ich in diesen Zustand durch Meditation, aber auch durch Sport, so, ich habe da meine Tools und es kommt, also dieses Gefühl habe ich dann erst, wenn ich es nicht kontrolliere, es so zu haben oder zu fühlen oder zu sehen, sondern einfach aus dem kreativen Flow heraus, im Flow sein, im Fließen. Nice, du meintest auch gerade, du hast so verschiedene Tools, um auch so, ja, wie so eine Art transzendenten Zustand zu erzeugen oder den zu erleben. Was würdest du sagen, ja, was sind so meine Favorite Tools, um so diese, ja, dieses Gefühl von Oneness auch zu erleben? Einerseits die Arbeit mit Ritual-Kakao, sei es, ich sitze alleine in Zeremonie mit mir selbst, ich schenke mir die Zeit für mich, es sind vielleicht fünf Minuten oder es kann eine Stunde am Tag sein, dann aber auch in Women-Circles, in Frauenkreisen habe ich manchmal so das Gefühl, in Meditation, vor allem, wenn ich dann die Täterwellenfrequenz Energie mit einfließen lasse. Atmung hilft mir auch sehr, dieses Einswerden, dieses Einswerden-Gefühl zu spüren. Manchmal ist es auch Laufen gehen, Sport und seit neuestem mache ich Poledance und da spüre ich auch so, wenn ich voll in meinem Element, in der Freude, im Spaß drin bin und mich lebendig fühle, fühle ich mich eins mit mir und allem, was ist. Und genau, das ist das, was mir gerade einfällt. Embodiment, auch Tanzen. Ich tanze gerne nur in Unterwäsche oder nackt. Das hat mich einfach voll getriggert, aber da ich auch mit vielen Frauen arbeite, die ein Thema mit Körperakzeptanz, Körperannahme haben, ist es für mich auch umso wichtiger, das zu erforschen und das zu verkörpern, weil ich ja auch mit den Themen zu quasi kämpfen hatte und auch immer wieder solche Themen hochkommen. Und deswegen habe ich auch gezielt die Sportart Poledance ausgewählt, um das für mich noch mehr zu heilen. Ich habe auch das Gefühl, wir fühlen uns manchmal irgendwie so komisch bei neuen Sachen. Also angenommen, eine Person tanzt für sich selbst das erste Mal nackt oder tanzt vorm Spiegel. Also ich versuche nämlich gerade so mehr sinnlich tanzen zu lernen und dadurch so mehr, ja, Selbstvertrauen ist jetzt so das falsche Wort, aber du weißt bestimmt, was ich meine. So irgendwie dieses Sinnliche zu bekommen und dann vom Spiegel sinnlich zu tanzen, sexy zu tanzen, erotisch zu tanzen vielleicht auch und dann halt auch zu merken, okay, was kommt da gerade auf? Also, dass ich irgendwie manche Stellen an mir vielleicht nicht so cool finde oder dass ich merke so, boah, mein Gesichtsausdruck wirkt komisch. Und dann versuche ich immer extra weird zu tanzen, auch mal dazwischen, weil das ist ja das, was wir nie in unserer menschlichen Erfahrung so sehen. Also wir sehen ja nur andere Leute irgendwie so ein bisschen gefiltert. Entweder so durch Social Media oder auch durch, ja, keiner zeigt sich ja wirklich so in seiner oder ihrer Hässlichkeit. Und für mich ist Hässlichkeit jetzt auch nichts Schlimmes, weil jeder hat vielleicht mal so dieses Denken über sich selbst, das ist irgendwie unschön. Oder jetzt, ich habe manchmal so, wenn ich mir ins Gesicht gucke, so, ah, das ist so eine hässliche Witch irgendwie. Und ich glaube, das ist jetzt so kein Thema, wo man sich so viel drüber austauscht oder halt auch so eine Unsicherheit noch hat, ne? Und dass man dann sich, vielleicht ist das auch das, was einen triggert, so in Anführungsstrichen, weil andere das vielleicht schon können oder dabei sich sexy und wohlfühlen. Und man selbst ist noch so, ah, diese Leute, die wollen sich so nur so darstellen, ja. Was hat dir dabei geholfen, dass du dich da irgendwie wohler dabei fühlst? Boah, das fühle ich auch sehr, was du teilst. Der Durchbruch war tatsächlich auf einem Frauenretreat in Deutschland, in Neudeutschland vor zwei Jahren, im Zuge der Einjahresausbildung. Und da war die Aufgabe, all die Archetypes, die in uns sind, Archetypes an Frauen zu verkörpern. Und dann stand die, was war das, die Prostituierte vor uns. Also diese zu verkörpern, wir waren zu zweit. Eine Frau ist gegenüber mir gestanden. Und ich durfte dann zur Musik, sexy und wie halt eine, so eine Prostituierte oder wie eine, die auf der Stange tanzt, mich zu bewegen. Und es fiel mir einfach so schwer. Mein Körper war fast erstarrt, weil so viele Themen auch waren von so, das darf ich ja nicht. Ich schaue aus wie eine Hure. Ich darf mich nicht so bewegen. Und es kam so viel hoch, auch von der anderen Linie. Das sind Urthemen, die hochkommen. Und es gab auch Frauen, die wirklich nur dastanden und erstarrt waren, weil sie es nicht irgendwie geschafft haben, die Hure oder die Prostituierte zum Ausdruck zu bringen. Und da geschieht, finde ich, schon Heilung. Um das zu realisieren, was da ist, was mich davon blockiert. Und mich selbst dann in Liebe anzunehmen und milde mit mir sein, wenn ich das denke, so, boah, wie schaut das aus? Darf ich mich so sexy und sinnlich bewegen? Und dann wiederum erst recht reinzugehen. Und für mich habe ich dann das so als Praxis umgesetzt, dass ich mich vor dem Spiegel stelle und zur Musik tanze. Sei es sinnlich, sei es erotisch, ganz hässlich, wild, Reihe, vor allem am Boden, sich zu wälzen, sich zu bewegen. Boah, das gab noch einen Riesenanstoß bei mir an Heilung. Vor allem, ich habe mich sehr lange nicht erlaubt, oder habe mir sehr lange nicht erlaubt, am Boden mich zu bewegen. So sexy und so wie eine Schlange auch teilweise, wie eine White Woman. Und das war auch ein Prozess, ein langstremes Herantasten, bis ich dann letztens erst so realisiert habe, wow, da hat sich so einiges verändert, indem ich es immer wieder getan habe. Ja, manche Leute haben ja auch total das komische Gefühl bei Eye-Gazing, also wenn man sich lange in die Augen schaut. Und das sind halt alles so, unter anderem Intimitätsübungen mit sich selbst, aber auch mit anderen. Ey, das lernen wir weder in der Schule, wir lernen es nicht in den Beziehungen, wir lernen es nicht von unseren Eltern, von niemandem eigentlich. Und wir sind so eine Maskengesellschaft irgendwie, wo sich auch keiner so nah, oder wo man sich nicht so nah antastet auch viel. Und dass es jetzt so in den letzten Jahren erst gekommen ist, dass wir uns mehr damit beschäftigen, also vor allem so im westlichen Raum, ja, einfach so ausprobieren und so die Themen und so Selbstmitgefühl finde ich auch immer total wichtig. Und so die eigene Sinnlichkeit sich mehr erlauben. Aber das ist halt wirklich auch wieder so ein sehr langer, unendlicher, lebenslanger Prozess und Weg, wo es kein Ziel gibt. Und das kann man auch nicht planen. Und es fällt einem halt manchmal leichter, so aus der eigenen Komfortzone rauszugehen. Und manchmal fällt es einfach total schwer. Und dann fühlt man sich vielleicht irgendwie nicht so wertig. Oder ja, wir haben ja so viele Facetten. Und das so anzunehmen, ich glaube, das ist ganz teilweise so ein herausfordernder Prozess. Aber ja, wie du sagst, indem wir das halt immer wieder mal anschauen, uns immer mal wieder dahin zu begeben. Und das inspiriert mich auch total, auf dem Boden zu tanzen oder am Boden zu tanzen, weil das ja auch so was Animalisches auch teilweise hat. Oder man kann ja auch in den Sport verschiedene animalische Bewegungsabläufe integrieren, was dann für verschiedene Teile im Gehirn gut ist. Und ja, dieses Animalische auch wieder mal so mehr in den Alltag für sich selbst erst mal wieder so zu integrieren, auch wenn es komisch ist. Und ja, so sich in seiner komisch, in seiner Weirdness einfach auch zu sehen und das okay zu finden. Ja, wie soll es sich denn sonst anfühlen, wenn wir es nie machen? So ist es doch irgendwie auch normal oder menschlich, dass sich Dinge anfangs komisch oder unangenehm oder Scham kommt auch sehr oft hoch, schambehaftet anfühlt. Aber auch das sind nur Emotionen. Das ist nur Energie, die du mitnehmen darfst in den Ausdruck, in den Tanz. Und ja, es braucht Mut. Ja, und es ist nicht immer leicht, aber es ist einfach. Also du brauchst nur zu tanzen oder es einfach zu tun. Und leicht sagt keiner, dass es ist, aber man wird sehen, dass es von Zeit zu Zeit einfacher wird. Ja, es gibt da so viele verschiedene Übungen, die echt super basic sind. Sich selbst in die Augen schauen, über den Spiegel, Mirror Work oder ja, das auch so in die eigene Partnerschaft mit einfließen zu lassen, wenn jemand in einer Partnerschaft ist oder ja, das Thema Intimität. Ich glaube, es ist nochmal so ein großes Fass ohne Boden, wo wir in dieser Gesellschaft alle noch mehr lernen dürfen. Ja. Dann komme ich mal zu meiner nächsten Frage und zwar sehr spannend vor allem für den Podcast. Würdest du dich als feinfühlig beschreiben und wie gehst du damit durchs Leben? Auf jeden Fall, ja. Lange Zeit war mir das gar nicht bewusst, dass ich so sensibel und feinfühlig bin. Ich habe mir damals immer gedacht, so in der Schulzeit, warum verhalte ich mich in Gruppen so anders und grenze mich dann unbewusst ab und merke so, boah, das ist mir zu viel, aber ich wusste da, ich war damals einfach überfordert und wusste damals nicht, woran es liegt und genau, wie ich dann eben eigentlich mein ganzes Leben geändert habe vor einigen Jahren, habe ich dann so realisiert, boah, es ist voll okay, die Sensitivität und die Feinfühligkeit wahrzunehmen, anzunehmen und da für mich auch die Sicherheit in mir zu kreieren, mich auch abzugrenzen, in Liebe abzugrenzen und was sind so meine Tours, mich, ja, mich aufzutanken, mich zu nähern und da kommt sofort Sonne, da kommt sofort Natur und wenn ich mich auftanke, dann bin ich bei mir, in mir und lasse Dinge gar nicht so nah an mich ran und es ist auch, es ist eigentlich auch immer unterschiedlich, ich habe nicht so meine Routine, die ich durchziehen muss am Morgen, um so oder so jetzt zu performen, unter Anführungszeichen, sondern ich spüre rein, was gerade dran ist und gehe dann meinen Impulsen nach und ja, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ja, voll. Was würdest du sagen, sind deine Highs und Lows mit Feinfühligkeit? Vielleicht erstmal so deine Lows, weil ich habe so das Gefühl, viele Leute, die sich so als Highly Sensitive Person bezeichnen oder vielleicht auch sich selbst diagnostizieren mit einer Neurodiversität und No Offense gegen selbst diagnostiziert, aber ich finde halt viele Leute leben auch nicht so wirklich nach den eigenen Bedürfnissen, sondern in einer Welt, wo wir halt durch Social Media durchscrollen, 40 Stunden arbeiten, keinen Spaziergang machen und ja, einfach nur so Druckbetankung und Beballerung irgendwie für unseren Mind haben und auch so vielleicht in so einem toxischen Umfeld sind oder in einem negativen oder die Leute gossipen oder man geht ins Büro und dann sagt man, also klar ist man dann so überfordert mit vielem auch und Reiz überflutet und ja, was würdest du sagen sind erstmal so deine Lows, die du so mit Feinfühligkeit erlebt hast, außer wie du schon meintest, in der Schulzeit, dass man sich dann vielleicht auch ausgrenzt. Ja, ja, jetzt kommt noch in der Schulzeit ein Szenario, vor allem ich war damals sehr schüchtern und habe das immer als negativ abgetan, aber ich wollte einfach so mein Space für mich haben und wollte auch nicht so rausgehen und alles über mich preisgeben und da hatte ich halt voll das Thema vor den Menschen zu reden, mich zu präsentieren und das kam mir auch noch so als eher low und wenn ich jetzt heutzutage mich mit vielen Menschen Massen umgebe, die vielleicht nicht so mit mir resonieren, fällt es mir manchmal schwer, da auch klar die Grenze zu ziehen, wenn ich eine gewisse Stundenanzahl mit den Menschen verbringe und denen nach wähle ich Weise aus, mit wem ich wie viel Zeit verbringe. Sonst, das ist sehr spannend, weil sonst ist mir eigentlich kein low so krass bewusst, sondern einfach nur die Abgrenzung von anderen Menschen. Ich glaube auch so, wenn man sich selbst an einem Punkt reflektiert, dann schaut man halt automatisch auch, was sind so meine Bedürfnisse und wo fühle ich mich halt nicht so gut und dass wir dann auch mehr so die Grenze ziehen für uns selbst, so da geht es mir gut, da geht es mir weniger gut und also ich bin zum Beispiel auch gar nicht mehr bereit, mich in so vielen Situationen auszusetzen, wo es mir nicht gut geht oder wo ich weiß, so zum Beispiel so, hey Annemarie, willst du mit auf ein Familienfest gehen, weiß ich halt selbst, so halt das wird für meine Energie mega der Abtönn sein, so erstmal da hinzukommen und da einfach zu sein und mit den Leuten und dann und erstmal denke ich so manchmal so blauäugig, ja ich probiere es vielleicht aus, aber wenn ich dann im zweiten Schritt drüber nachdenke, dann weiß ich halt einfach, was sind so Herausforderungen, die ich gehen möchte und was sind so Herausforderungen, die ich mir spare, einfach so um so ein bisschen mehr sane zu bleiben, ja. Vor allem du machst das ja auch in Liebe zu dir so und da auch zu hinterfragen, was ist jetzt für mich gerade dran, was tut mir gut, was brauche ich, um mich in Sicherheit zu fühlen und mein Nervensystem zu regulieren und ich habe das, das holt mich voll ab, weil ich habe das auch bei so Familienfesten, vor allem bei Familienfesten von meinem Partner, wo ich so manchmal echt überlege, so boah, eigentlich ist echt so viel und dann kommt der Glaubenssatz oder der Satz von meinem Mind, du kannst doch nicht absagen, also das geht doch nicht, da muss man ja dabei sein, so dieses Gefühl von so, ich werde ausgeschlossen von der Gruppe, kommt dann sehr stark hoch und wie sehr bleibe ich da bei mir, ist die Frage. Naja, und voll der wichtige Punkt, wie kann man sich selbst einfach Sicherheit geben, ist glaube ich so mit das aller, allerwichtigste, das sich immer wieder zu fragen, so wo kann ich mir selbst ein safe space sein und wie, also ich glaube, wir kennen das ja alle, also gerade so als highly sensitive person, dass wir, ich bezeichne es eher so als window of tolerance, dass es so schmal ist und alles ist so anstrengend oder alleine so an der Straße lang zu gehen, ist schon so alarming irgendwie und das halt halt dann auch so versuchen durch Nervensystemarbeit so langsam wieder auszudehnen oder zu weiten, aber nicht so auf Krampf und ich glaube, es hilft nichts immer wieder aus der eigenen Komfortzone zu gehen, wenn du dich damit immer wieder stresst und ja, dich versuchst in so dein Fenster zu weiten, aber du immer noch nicht reguliert bist und ja, da irgendwie total die Teile verrückt spielen. Was sind für dich die Highs bei Feinfühligkeit? Die Highs sind, ja, die Highs kommen mir sehr in meiner Arbeit zugute, da ich über meine Hellsinn sehr viel wahrnehme in der Person, in den Personen, die mich umgeben und demnach auch handeln kann, sei es in den Circus, aber auch in der 1 zu 1 Arbeit, auch genau zu wissen, was die Person jetzt am höchsten und besten unterstützt für ihren Prozess, was es gerade braucht, was es auch für mich braucht gerade, also Sensitivität oder ja, gibt mir eigentlich auch erst die Möglichkeit so zu spüren, was sind meine Bedürfnisse? Also ich habe eine komplett Verbundenheit mit mir selbst, mit den Desires, mit den Bedürfnissen, was mein Körper gerade braucht, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich, glaube ich, meine Bedürfnisse gar nicht so intensiv wahrnehmen und ihnen nachgehen. Also wahrnehmen ist ja das Erste und das Zweite ist dann ihnen nachzugehen. Und ja, was jetzt noch kommt, ist ein Leben im vollen Genuss und in der Ekstase leben zu können, weil ich fühle mich dadurch so lebendig, wenn meine Hälsinn aktiviert sind und die sind immer aktiviert, manchmal sind Filter drauf, das sind Themen, manchmal eher weniger und das ist auch emotional bedingt und tagesabhängig. Aber ich fühle mich, wenn ich wirklich, ja, mein Leben in meiner Wahrheit, in meiner Freude lebe, dann ist das für mich Leben, also ich fühle mich lebendig, fühle mich on fire, ich fühle mich am Leben und ja, das war es überhaupt. Was würdest du sagen, ist dein am meisten entwickelster oder genutzter Hälsinn für dich aktuell? das Fühlen, also das Wahrnehmen, das Spüren, aber auch das Sehen, weil ich diverse Dinge immer klarer sehe, in Personen oder andere Wesen, die ich zuvor nicht gesehen habe, also vor allem vor der Ausbildung von Theta Healing und das ist ein Prozess und je nachdem, welches Thema man auflöst, sieht man mehr oder weniger also ich sehe immer mehr. Also es ist echt fühlen kaum zuerst, also wahrnehmen, aber auch dann Sehen. Nice und wie gehst du damit durchs Leben, weil ich habe manchmal so das Gefühl, es ist voll schwer, jemandem so zu erklären, wie man mit Hälsinn durchs Leben geht oder vor allem auch mit Hellsichtigkeit, weil manchmal sieht man so Strudel oder irgendwie es sieht so bunter aus oder irgendwie sieht man so Licht und Schatten und es macht irgendwie so verrückte Movements und du hast so das Gefühl, du bist in so einem, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in so einem Plasma, Energie, Raum und das ist quasi alles und darin bewege ich mich so oder ist es irgendwie auch sehr technisch teilweise oder auch so eine Mischung aus organisch, also man kann es echt gar nicht so gut beschreiben, aber wie siehst du so deine Hälsinn im Alltag? Ja, das ist sehr spannend, weil vor allem, wenn man inmitten der Stadt ist und viel mit der U-Bahn oder mit der BIM, also mit der Tramfahrt und sieht man in Menschen teilweise, wie soll ich es am besten, am mindestens nennen, nicht Gestalten, aber Energien und Farben und Themen, die ich manchmal gar nicht sehen möchte, also da sieht man wieder, dass ich merke, dass ich würde es nicht Nachteil nennen, aber das, wenn man mehr sieht, ist es auch nicht immer ein Vorteil ist. Ich nehme das einerseits so wahr, vor allem, wenn ich Menschen sehe, ich spüre auch sofort was, sei es mich zieht es zusammen, oftmals ist es auch, dass ich aufstoßen muss, also es ist eher in die Richtung Ekel oder ich gehe nicht, dann muss ich irgendwas loslassen oder mir wird ja übel, war eh das Ekel-Thema auch oder ich merke so, ich muss da einfach weg, mein Körper zieht mich weg und dem gehe ich dann auch nach, so ohne, vor allem ohne Bewertung, sondern es einfach nachzunehmen also wahrzunehmen und dem nachzugehen und ja, manchmal merke ich auch so eine, vor allem, wenn ich Kundalini-Yoga praktiziere und viel atme und die Dynamik zwischen Yin und Yang sehr stark ausführe und lebe, dann merke ich so diese feinstoffliche Energie und diese Verbindung mit allem, was ist und ich kann das gar nicht irgendwie besser beschreiben, sondern es ist einfach ein Gefühl, welches mich dann umhüllt und durchströmt. Ja, hört sich nice an, mega, mega schön. Kommen wir mal zum Thema Energiearbeit, ja, auch so ein Teil, ja, wie so unsere Leidenschaft auch, ich glaube, es hat für uns beide sehr viel bewegt im Leben und sehr viel auch irgendwie so freigeschaltet. Ja, was sind so deine, was bedeutet für dich eigentlich Energiearbeit, was ist es und ja, vielleicht magst du so deinen Prozess, deine Learnings und Erfahrungen so ein bisschen mit uns teilen. Ja. Energiearbeit, also wie gesagt, ich habe mir gar nichts notiert, es fließt alles durch mich hindurch. Energiearbeit ist für mich das, was gerade im Moment stattfindet, zum Beispiel in eine 1 zu 1 Session reinzufüllen, okay, was braucht die Person jetzt, aus welcher Schatzkiste oder welche Tools aus meiner Schatzkiste möchte ich, auf welche möchte ich zugreifen, was ist gerade notwendig, um das Höchste und Beste aus der Situation für die Person rauszuholen und das eben so in meinen Circles und ja, was mir jetzt auch noch kommt, ist, dass es auch für mich wenig Unterschied macht, ich meine, ein Stück weit schon auch, ob ich online oder offline arbeite, aber das ist wieder so schön an der Energiearbeit, dass es so einen krassen Effekt auch online haben kann, egal wo die Person sitzt, weil man mit der Person sich gezielt verbindet und verbunden ist und demnach auch die Heilung und Selbstheilungskräfte eintreten können und es gibt so viele Bereiche noch zu entdecken, die, wie vorhin auch schon erwähnt, nicht greifbar für meinen Verstand und für meinen Körper jetzt in dem Moment sind und das ist auch das Schöne, weil ich so gespannt bin, was uns und mich noch erwartet und wie weit man auch, zum Beispiel, wenn es jetzt um die Hälsene geht, diese noch entwickeln kann, und da noch mehr meinen Klientinnen der Welt dienen kann. Ich liebe es auch total, dass manche Leute so erst mal so kritisch Energiearbeit gegenüberstehen und bin ich ja selbst auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Energy Work Session buche bei jemandem, aber dann umso cooler, wenn die Person sagt, ja, das habe ich voll gemerkt oder dann kamen mir Bilder und man einfach noch mal so den Zugang zu anderen Personen stärkt, bis sie auch irgendwie mehr intuitive Erfahrungen macht und oder man auch so Impulse bekommt aus dem Energiefeld von der anderen Person, das das flasht mich, glaube ich, am allermeisten und dass du es halt auch abgleichen kannst. Also es ist jetzt nicht so eine Sache von ich erzähle jetzt der Person was und da kommt jetzt irgendwie random was raus, sondern nach einer Zeit kommen da wirklich sehr krasse passende Dinge raus, die du einfach in der Energie liest und was dann einfach so kommt oder wir hatten ja auch als wir intuitive Anatomie gemacht haben im Täterhealing, so eine drei Wochen Ausbildung, was halt wirklich sehr intensive Arbeit ist und dass du dann was liest und was dann wieder abgeglichen wurde und was dann wieder gepasst hat und es ist jetzt nicht so ein, keine Ahnung, so ein Scharlatan-Ding, wo man denkt so, ja, da passt jetzt gar nichts, sondern es überrascht mich einfach immer, wie das halt auf die Person passt und dass man da irgendwie so eine Bestätigung bekommt oder auch so, ja, so Feedback einfach bekommen kann oder dass eine andere Person das einfach fühlt oder generell einfach dieses Feedback und dass es nicht nur so was Luftiges ist, sondern auch jemand kann mir da eine Bestätigung dafür geben, ja. Ja, und das schult auch voll das Vertrauen zu einem selbst, das Vertrauen, was man wahrnimmt, was man sieht, vor allem, wenn man dann von Klienten das Feedback bekommt, ja. Ja, was würdest du sagen, sind so deine Learnings oder krasseste Erfahrungen, die du mit Energiearbeit bisher gemacht hast oder irgendwelche Aha-Erlebnisse? Ja, die meisten Aha-Erlebnisse oder Learnings geschehen eigentlich in meinen 1-zu-1-Sessions und in meinen Frauenkreisen, ähm, vor allem, wenn die Person dann mir Feedback gibt, und und da meint, boah, krass, woher, woher weißt du, dass ich das Thema auch noch, also auch noch, das Thema, ein Thema gerade ist oder sich das Thema schon körperlich manifestiert hat oder ich mit einer Patientin, die Brustkrebs hat und hatte, gearbeitet habe und ähm, da so wunderschönes Feedback dann bekommen ähm, und, ähm, ja, es gibt halt einfach auch so Sicherheit, ähm, wenn man im Außen natürlich dann durch die Klientin bestätigt wird, aber ich, wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht so krasse Erlebnisse gerade teilen, weil irgendwie das Leben so krass ist und, ähm, ich so dankbar bin für all die Momente, die geschehen und, ähm, für mich ist das auch nicht mehr so außergewöhnlich, sondern es ist schon die Realität und wahrscheinlich fallen mir deswegen auch nicht so arge Momente ein, wo ich mir denke, so, wow, mindblowing, ähm, ja. Das ist auch so ein Gedanken, den ich gerade hatte, weil man gewöhnt sich so krass an die Realität, die man lebt und wir leben ja die Realität, die wir jetzt gerade haben, schon seit mehreren Jahren, würde ich sagen, und dann ist es halt so total normal, so einen intuitiven Zugang zu sich selbst zu haben, nach den eigenen Bedürfnissen zu leben und das zu machen, was einem auch irgendwie so entspricht und man, ich denke mir auch immer bei, bei Leuten, die so ganz euphorisch über was erzählen, ob das wirklich so krass ist, wie zum Beispiel, wie ich jetzt zum Beispiel krasse Sachen erleben würde, die so total spacey durch Raum und Zeit abgespaced sind, wo ich total zerschmelze mit der Umwelt von der Meditation oder irgendwie was krasses sehe oder für manche Leute ist es ja schon krass, okay, die, ich will es jetzt gar nicht vergleichen und es soll auch überhaupt gar keine Wertung sein, aber jeder empfindet es ja auch irgendwie unterschiedlich und ich bin jetzt nicht so der Typ, glaube ich, dafür, also ich kann schon sehr euphorisch, glaube ich, sprechen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, ja, so überwältigt von irgendwelchen Erfahrungen noch bin, weil man glaube ich, also ich bin jemand, und ich hatte in den letzten Jahren oder auch so in den letzten zehn Jahren extrem viele Grenzerfahrungen und das ist so ein bisschen mein Maßstab geworden und alles darunter ist so halt nicht so der Rede wert, obwohl es trotzdem eine coole Erfahrung sein kann und ja, ich glaube, jeder würde ja auch eine transzendente Erfahrung irgendwie unterschiedlich bezeichnen oder für manche ist es so, wenn sie Rapé nehmen, denken sie, wow, das war voll krass und für manche Leute, keine Ahnung, die haben einen Joint mit dem Tee und denken so, das ist jetzt krass und manche wieder was anderes, das kann man gar nicht, das sind alles so subjektive Empfindungen und das kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen, weil jeder das auch irgendwie anders erzählen würde und nichts kann jemals die allgemeingültige Wahrheit irgendwie nur ansatzweise erfassen, weil es sie halt gar nicht gibt und das finde ich halt so crazy, dass wir uns auch irgendwie schade, dass wir uns nicht so objektiv darüber unterhalten können, weil das halt so multidimensional auch nochmal alles ist und aus so vielen verschiedenen Perspektiven und du weißt eigentlich nie, was so wirklich die Realität war dahinter und ich glaube, das ist so ein Ding, da muss ich mich total mit abfinden, dass nichts die wirkliche Realität darstellen kann, weil es sie halt eigentlich gar nicht wirklich gibt. Ja, deswegen der Leitsatz, erfahre dich selbst. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, Anna, ne? Ja, und auch an die Hörerinnen, Hörer draußen, mach deine eigene Erfahrung, also wir können ja aus unserer Erfahrung noch so das geilste und schönste und krasseste erzählen, aber du erfährst dein Leben selbst. Ja, stimmt, das ist auch so eine Erkenntnis von mir immer, dass ich mir denke, jeder muss eine Erfahrung machen, weil das ist ja schon wieder das, was das eigene Bewusstsein dann sprengt. Ich kann auch irgendwie, ich kann niemandem was von irgendeiner krassen Meditation erzählen und dann ja, du musst meditieren lernen, weil dann hast du voll die krassen Erfahrungen und die Leute denken sich so, ich fühle es gerade gar nicht so und ich meine, es muss ja auch nicht Meditation sein, darum geht es gar nicht, sondern halt so um dieses Erfahrung als Mensch machen. Das ist auch der Punkt, wo ich von all den Konzepten, die ich mir damals auferlegt habe, um irgendwo anzukommen, hinzukommen, losgelassen habe oder entfernt habe, auch von so zum Beispiel sieben Schritte zur selbstliebe oder mache Dankbarkeitsrituale und dann bist du erleuchtet oder keine Ahnung was. Du, you do you, also du findest das für dich perfekt passende heraus und nur dadurch, indem du es versuchst oder tust oder in die Aktion trittst und ausprobierst. Also buch die Session, mach eine krasse Grenzerfahrung, was für dich die Grenze, also je nachdem, was das für dich ist, buch einen Circle, whatever, oder in eine Healing Session und probier es aus. Ja, voll. Kommen wir mal zum Thema Kakao Magic und ja, was würdest du sagen, was hat Kakao mit dir gemacht, was macht es mit Menschen, Tipps auch für die Arbeit, ne, wenn dir jemand jetzt sagt, so boah, das interessiert mich und ich will jetzt damit anfangen, wie kann diese Person damit starten? Wow, ich kann halt da ewig drüber reden, ich versuche mich kurz zu halten. also ich hatte meine erste Erfahrung online, damals während dem krassen, unter Anführungszeichen, äußerlichen Geschehen, hat Kakao sehr viel mit mir in dem Moment getan, ich saß so vor dem Laptop und hielt mir eine Kakaotasse in der Hand und einmal merke ich so, wie mich so eine Welle an Energie durchflutet und ich wusste damals nicht, was das ist oder sein soll und jetzt so, also in der Reflexion wusste ich, dass das der Spirit von Mama Kakao ist, also jede Pflanze hat ja seinen eigenen Spirit und Kakao hat auch einen Kakao-Spirit und man kann den in einer Zeremonie entweder alleine oder mit anderen Menschen rufen und ich setze mir meinen Spirit meistens rechts, also auf die, also neben mich hin und gehe manchmal auch so in Interaktion mit ihm und der Spirit auch vielleicht ist es für dich nur eine Energie, der kann mit dir sprechen, er hat meistens immer, immer Botschaften für dich und genau, ähm das war so für mich so ein Mindblown-Effekt und ähm da also wir sprechen vom Ritual-Kakao, es ist nicht der, den du im Supermarkt zu kaufen also bekommst, sondern ein, also es sind Kakaobohnen, die geröstet und fermentiert werden und dann zusammen gepresst werden zu einem Block oder zu kleine so, ähm Kakaostücke und den schneide ich dann runter, ähm erwärmen mit entweder Hafermilch, ich mache halb Hafermilch, habe Wasser oder manchmal nur Wasser, wenn du mehr Intensivität spüren möchtest und den mische ich dann auf, löse ich auf, ähm Vanille, ein bisschen Salz und Tonka-Bohne und manchmal streue ich auch Rosenblüten über den Kakao oder auf den Kakao drauf, um noch den lieblichen, weiblichen Aspekt dabei zu haben und das erinnert mich auch sehr an die Selbstliebe an das Aufblühen und ähm genau, jetzt komme ich eigentlich eh schon zum Ablauf, dann wenn ich für mich eine Zeremonie halte, setze ich mich hin und hier gibt es auch nicht diese Liste, die du abarbeiten sollst, um die richtige Kakao-Zeremonie für dich zu halten oder für dich zu erfahren, zu erleben, sondern es ist eigentlich diese Bewusstwerdung des Moments und auch der Genuss des Moments so, dass ich mir die Zeit schenke, einfach in Stille zu sitzen und du wirst sehen, da werden schon einige entweder Antworten auf deine Fragen kommen oder Themen aufblocken und Kakao ist so, schlägt so die Brücke, ähm, Kakao öffnet, ähm, die Welt oder deine Welt in andere Dimensionen, sage ich immer so schön, ähm, ich kann das gar nicht anders erklären, aber Kakao hat auch die Wirkung, Dich mit deiner Kreativität zu verbinden und hat hauptsächlich, wird meistens so angepriesen, dass es sehr herzöffnend wirkt, ähm, und erst durch die Herzöffnung, durch die Öffnung dir gegenüber bist du bereit, ähm, zum Beispiel Antworten zu empfangen oder dich mit deinen Themen und, oder Emotionen auseinander zu setzen und, und dann, ja, bedanke ich mich jedes Mal bei der Kakaopflanze, weil sie auch nicht selbstverständlich ist, den Kakao in Wien in den Händen zu halten, der von Peru kommt und, ähm, ich bedanke mich auch bei allen Helfern und, also die bei der Zubereitung oder bei der Fermentation und so weiter dabei waren und, ähm, wann lasse ich es fließen, entweder ich gehe in die Theta-Healing-Meditationsreise oder ich stelle eine Frage, Ziehkarten oder bin einfach nur und versinke in meinem Nichts und, ähm, dann merke ich nach meistens so 20 Minuten, halben Stunde, wie Kakao anfängt zu, also die Kakaopflanze anfängt zu wirken in meinem Körper, denn Kakao wirkt, äh, Blutgefäß erweiternd, da es den Stoff Theoprominent hält, ähm, wirkt es oder wirkt die Pflanze aktivierend, ähm, und kann sein, dass du ein bisschen, ja, lebendig oder lustvoll wirst, ähm, und demnach gehe, also mache ich dann zum Beispiel ein Naked Dance und tanze oder schreibe auf oder kreiere, ich komme dann sehr schnell in den kreativen Fluss und kreiere nächste Events oder bereite mich auf Sessions vor und, ähm, in Circles ist es ähnlich, da lasse ich es eben so fließen und, ähm, lasse mich von der Kakaopflanze und von Schöpfung vom Universum leiten. Nice, nice, ich glaube, es ist einfach so voll das coole Achtsamkeitsritual, wo man sich auch mal so damit beschäftigen kann, okay, ich nehme etwas ein und wie reagiert mein Körper, mein Geist, meine Seele vielleicht da drauf und dann einfach so, ich nenne es immer den Erforschermodus, ne, sich irgendwie so eine Forscherbrille imaginär aufzusetzen und dann zu schauen, okay, wie fühle ich mich denn dabei, was passiert, ne, und es kann ja auch jedes Mal unterschiedlich sein oder, ne, manche werden vielleicht eher so ein bisschen weicher, softer von ihrem ganzen Sein und manche werden so, ja, ich bin jetzt kreativ oder bin so sinnlich unterwegs und ich bin in Bali irgendwie, da gab es alle zwei Wochen so eine sehr, sehr geile Party in Uluwatu und da haben wir auch alle immer davor so eine Kakao-Zeremonie gemacht und dann hat man auch gemerkt, es hat so, so ein bisschen, ja, so ein Party-Vibe auch geschaffen, weil es ja so aktiviert ist und, ja, es war so eine No-Drug-Party immer und wir haben auch manchmal was da reingemacht. Gratom haben wir teilweise manchmal in, den Kakao auch reingemacht und ich finde, es schmeckt nicht geil, aber es hat auch so eine leicht euphorisierende Wirkung oder kann so ein bisschen auch mehr deine Kreativität fördern oder ich finde auch beim Kirtan-Singen eine Zeit lang haben wir auch immer Kakao-Zeremonien gemacht und das hat mich irgendwie auch mehr geöffnet, andere Menschen an mich heranzulassen irgendwie, ne, und so ein bisschen offener auch zu sein gegenüber anderen Menschen, weil ich jemand bin, der, also manchmal wirklich auch sehr offen, aber ich kann auch sehr geschlossen sein in der Gruppe und mir denken so, was bringt es mir jetzt mit irgendeinem Menschen hier zu sprechen, ich habe da eigentlich gar kein Bedürfnis danach und bin so sehr auch wohlig mit mir und das hilft mir einfach so in einem Kreis von Menschen auch ein bisschen mich mehr zu integrieren, ja, dafür finde ich Kakao echt nice und ja, man kann das halt echt so cool in den Alltag integrieren. Was sagst du dazu, dass es so aktivierend für abends ist, dass die meisten Kakao-Zeremonien sind ja auch oft abends, findest du, dass es dann schwierig zum Schlafen gehen? Boah, da fließen einige Aspekte mit ein, es kommt darauf an, wann du das letzte Mal gegessen hast, wann es wirklich am Abend ist, wie die Zeremonie ausschaut, und ich habe Tage oder Abende, wo es voll fein ist für mich am Abend einen Kakao zu trinken, abends ist für mich 19, 20 Uhr, aber dann gibt es wieder Tage, wo ich dann so intensiv träume und bis Mitternacht im Bett liege und nicht weiß, wie was gerade abgeht, so, weil mein Körper so am Vibrieren ist, voller Energie, es kommt auch darauf an, welchen Kakao du verwendest, wie viel, mit Wasser ist es, wie vorhin erwähnt, intensiver, mit Milch weniger, also ich würde Pflanzenmilch empfehlen, wenn du dazu tendierst, kommt auf die Tagesverfassung darauf an, kommt auf den Zyklus, auf den Weibchenzyklus darauf an, wo du stehst, also ich, ich habe schon so oft Kakao getrunken, es ist jedes Mal anders, da auch wieder dich selbst zu fragen, was tut mir jetzt gut, ist jetzt Kakao dran oder eher nicht, die Antworten liegen in dir. Vor allem das mit dem Zyklus, ich bin ab meinem Eisprung so viel sensitiver gegenüber Koffein und weißt du zufälligerweise, wie, also man sagt ja, rituelle Dosis ungefähr so 42 Gramm oder auch ein bisschen weniger teilweise, aber weißt du zufälligerweise, wie viel Koffein in Milligramm in so einem Becher dann drin ist? Wahrscheinlich gar nicht so mit einer Tasse Kaffee zu vergleichen, ne? Nein, das nicht, aber hat schon was an Koffein drin. Ich müsste nachschauen, auf der Verpackung steht's. Ich weiß nicht, wie viel Kaffee, das ist ja auch unterschiedlich, also wie viel Koffein im Kaffee drin ist, weißt du das? Es kommt drauf an, also so eine normale Kaffeetasse hat wohl, ich glaube, 100 Mikrogramm und so ein Espresso 50 oder so und der ist ja nochmal konzentrierter, aber es kommt auch drauf an, es kommt drauf an, wie viel Millil da wirklich, es kommt auf die Kaffeesorte drauf an, dann kommt es natürlich nochmal auf deine eigene Toleranz gegenüber Koffein an, manche Leute trinken irgendwie zwei Liter Kaffee geführt am Tag und manche Leute, die müssen nur zum Beispiel eine auf, wir waren mal in einem Kaffee auf Bali früher und ich habe normalen Kaffee getrunken und meine Freundin damals Koffein freien, aber es wurde mit der gleichen Maschine gemacht und sie war so anxious im Kaffee noch und dachte sich, Alter, was habe ich hier getrunken, obwohl es einfach nur Dicap war, aber davor ist halt normaler Kaffee mit Koffein durchgelaufen und ja, es ist halt so unterschiedlich, aber ich würde halt auch sagen, so Leute, probiert es einfach auf und aus und da muss der Koffeingehalt ist jetzt nicht die Sache, die da eine große Rolle wahrscheinlich spielt, aber voll spannend auch mit dem Träumen, also ich habe manchmal Schwierigkeiten, wenn ich zu spät Kaffee trinke, aber Koffein ist wahrscheinlich auch nicht gleich Koffein und wenn du abends eine Schokolade isst, hast du jetzt auch nicht so den krassen, ist ja auch Koffein, aber kannst du trotzdem noch von schlafen und so ist es wahrscheinlich ähnlich mit Kakao und hat natürlich noch andere tolle Nährstoffe, also die Sache mit Magnesium oder ja, was ist alles in Kakao drin, wo du denkst, oh mein Gott, was ist das für eine krasse Pflanze? Ja, Magnesium, vor allem wenn die Frauen die Menstruation haben oder vor der Menstruation stehen da, die Magnesiumspeicher mit Kakao aufzutanken ist, kann man mal machen, sonst enthält Kakao sehr viele Antioxidantien, irgendwo habe ich gelesen, mal mehr als die Heidelbeerfrucht, also das Heidelbeerzink, also ich kann da jetzt noch alles aufziehen, aber ich weiß nicht, ja, wird schon einen Mehrwert haben, aber ich bin manchmal nicht so der Fan von irgendwas aus den Sachbüchern rausratschen oder lesen und das merke ich bei meinen, jetzt kurzer Schwenker, bei meinen Zeremonien auch so, mir fällt es einfach schwer, irgendwas, was ich damals mal in einem Ritualtraining, Kakao-Ritualtraining gelernt habe, das wiederzugeben, wenn neue Menschen, die zum ersten Mal da sind, ihnen das irgendwie so wie als Lehrer und als Bücher, da sitzen, sie belehren wollen, das zu teilen. Ein paar Hinweise, die wichtig sind, teile ich schon, aber so, dass der Kakao ist, also in den Urvölkern Südamerikas und so weiter, in welchen Urvölkern, der damals schon getrunken wurde, ich weiß nicht, es fließt halt einfach gar nicht und das blockiert mich auch teilweise von dem Fluss. Manchmal passt es, wenn jemand fragt, gebe ich die Antwort, aber so dieses aus dem Lehrbuch, ja, einfach das auswendig Gelernte so zu teilen, ja, jeder will ja auch was anderes wissen, manche Leute interessiert halt eher so die Erfahrung und die wollen so, hey, I'm here for a spiritual experience und manche Leute, ich bin eher so jemand, der sich denkt so, oh, was ist so die Geschichte dahinter, am liebsten hätte ich noch so eine kleine Dia-Show und vielleicht nicht immer, ja, aber ich fände es schon total spannend, aber ja, ich gebe dir voll recht, auch mit den Lehrbüchern und dass man da, es kommt halt einfach so, wie es gerade flowt und, ja, jede Sourcenie ist natürlich auch anders, ne? Toll, ja, und in meinem Post habe ich alles stehen, was Kakao beinhaltet und so weiter, die Wirkung, ja, falls wer nachlesen möchte, ansonsten kann auch jeder auf Google eingeben, Ritual Kakao oder Ceremonialer Kakao, Wirkung, Inhaltsstoffe und so weiter, also bevor ich jetzt etwas sage, was vielleicht nicht passt. Und alle können natürlich auch in den Shownotes gucken nach Annas Kanal und Instagram und den Post werden wir auch nochmal extra verlinken. Ja, nice, also Kakao, das inspiriert mich jetzt wieder, ich bin gerade eh wieder drin im Online-Bestellungsgame, weil ich finde es irgendwie schwierig, wenn man irgendwie in ein neues Land kommt und dann weiß man noch nicht, okay, wie bestellt man jetzt online, aber ich habe es jetzt rausgefunden und ja, es ist irgendwie sehr, sehr nice, sich mal mit Sachen zu, ja, wieder Sachen zu erhalten über einen Postweg und alles, was man so braucht, wenn man in ein anderes Land geht und jetzt natürlich nicht alles mit hat oder generell auch keine Wohnung hat. Ja, deswegen Memo an mich selbst wieder Kakao bestellen und eine coole Frage, die ich auch noch stellen würde ist, was unterstützt dich darin, dich selbst zu regulieren oder was bedeutet das überhaupt, Selbstregulation, emotionale Selbstregulation, wem kann das helfen, weil ich finde, das ist so mit das Allerwichtigste, was man eigentlich machen kann und lernen kann in der heutigen Zeit als Mensch und was sind so deine Tipps dafür? jahrelang war ich, ich fange mal mit dem Extrembeispiel an, dies reguliert, weil ich dachte, dass ich die Regulation, die Sicherheit im Außen bekomme durch Bestätigung, durch Ansehen, durch eine Umarmung, durch einen Kuss, durch, ja, auch die Liebe meines Partners und so weiter, bis ich eben an den Punkt stand und mich hinterfragen habe so, was kann ich mir selbst schenken, um mich sicher in mir, in meiner Haut zu fühlen, um meine Emotionen, meine Themen selbst für mich zu halten, halten zu können, ihnen Raum zu geben, selbst da Raum für die Emotionen zu sein und ich bin jetzt auch noch dran, da so meine, nicht Tools zu finden, sondern so meinen Weg zu finden, weil ich bin jetzt auch oftmals noch dies reguliert, wenn ich zu viel und zu oft meine Bedürfnisse nicht achte, wenn ich merke so, boah, eigentlich müsste ich auf die Toilette, nicht auf die Toilette gehe oder versuche noch ein To-Do abzuhaken, wenn ich merke, der Körper braucht gerade Erholung. Was ich vorab sagen kann, ist, dass ich ständig versuche oder ja, meistens versuche präventiv daran zu arbeiten, sodass ich nicht zu stark in die Disregulation meines Nervensystems komme, sei es im Freeze oder Flight oder Fight Modus oder dann gibt es noch diesen Vorn-Modus, das ist auch dieses Erstarren, ähnlich wie Erstarren-Modus komme und bei mir ist es oft einfach das Verkörpern, was gerade da ist, in Stille sitzen zu können, auch wenn es noch so schwer ist. viel reguliere ich mich, indem ich mich ausruhe, vor allem erst im Ausruhen, in der Stille, im Ruhen, im Nichtstun, finden so viele Stoffwechselprozesse im Körper statt. Es ist ja auch beim Muskelwachstum so, dass der Muskel in Regeneration wächst und nicht während des Trainings. Atmen hilft mir auch sehr viel mit der Visualisierung, dass ich all die Anspannung, Verspannung, all das, was nicht mehr zu mir gehört, ausatme und frische Energie, neue Energie, Klarheit einatme. Dann habe ich auch, das ist kein Tool, aber ich berühre mich sehr oft an den Stellen, die jetzt gerade rufen, die mit mir sprechen. Es ist manchmal der Hals, manchmal ist es die Kopfhaut, um hier, weil hier sind ja also auf der Kopfhaut, am Kopf sind sehr viele Meridian-Punkte, sehr viele Akupressurpunkte, die man stimulieren kann. Es gibt auch diverse von der TCM-Punkte, die einen regulieren können. Auf der Zehe, auf der Großzehe gibt es einen Punkt, der liegt am Leber Meridian und Leber steht sehr viel für Wut, für Anspannung und wenn man den ein bis zwei Minuten drückt und lange drückt und festdrückt, dann entspannt das System auf beiden Seiten dann. Berührung, Umarmung, aber auch, was mir jetzt kommt ist, wenn mein Partner da ist oder eine Schwester, eine Freundin da ist, einfach die Dinge, die gerade präsent sind, auszusprechen, weil das ist auch Energie und das ist auch ständig, also das Thema, welches mich zum Beispiel beschäftigt, ist ja auch ständig im Hinterkopf, auch wenn es gerade nicht so präsent im Vorderrang ist, im Vorrang ist, vordergründig ist, aber es ist ja da und zieht ja auch Energie und das Aussprechen der eigenen Wahrheit, der Dinge, die gerade da sind, so komme ich auch in meine Selbstregulation. Nice, ja, sehr, sehr, sehr geile Tipps. Was ist es für dich, welche Tools es du für dich vielleicht entwickelt für deine Selbstregulation? Ich liebe mich in einem dunklen, kühlen Raum einfach hinzulegen, also das ist so das, was mich im Notfall wirklich wieder mehr zu mir selbst bringt und wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann versuche ich einfach in eine dunkle Toilette zu gehen und dann, manchmal gibt es irgendeine Situation, die mich irgendwie total rausbringt und dann versuche ich einfach kurz alleine zu sein und ja, da zu atmen und vielleicht auch zu weinen, wenn das gerade irgendwie dran ist, ne? Ich finde, Tapping ist für mich total wichtig, also vor allem so auf meiner Kopfhaut zu tappen oder in meinem Gesicht oder mich auch so, also meine Realität wieder zu fixen, wie zum Beispiel, ich bin jetzt gerade hier und ich schaue mich um im Raum und mache mir irgendwie so ein Bild, okay, ich bin jetzt hier in dieser Realität und das, und weil ich habe so manchmal so ein bisschen so ein Struggle mit so verschiedenen Realitäten, wenn ich zum Beispiel lange am Computer saß und dann gehe ich mit jemandem einkaufen und dann sitze ich auf einmal im Auto und dann bin ich auf einmal im Supermarkt, das ist so strange einfach für mich, weil ich bin dann so bei verschiedenen Levels gerade gleichzeitig mit meinem Bewusstsein irgendwie und dass ich dann versuche, das wieder zu bündeln auf diese menschliche Erfahrung, damit ich nicht so dissoziiert bin und in so verschiedenen Richtungen einfach mit meinem Bewusstsein, dass ich wirklich mein Bewusstsein fokussiere wieder auf einen Moment, weil das gibt mir dann auch wieder Sicherheit, weil wenn ich in verschiedenen Realitäten gleichzeitig bin, dann denke ich so, crazy gerade, das ist dann einfach manchmal ein bisschen zu viel, ja. Spannendes Thema, ne? Ja, richtig spannend. Kommen wir zur letzten Frage, was sind deine drei wichtigsten oder größten Erkenntnisse aus deinem bisherigen Leben? Damals aus Berlin fällt mir ein Einsatz ein, geh deinen Weg, folge deiner Herzenstimme und fokussiere dich auf das Innere und manchmal ertappe ich mich jetzt auch noch immer wieder im Vergleich und so weiter, das ist echt stark so, folge deinem Ruf, auch wenn du von deinem Weg abkommst, geh deinen Weg weiter und mach dein Ding und probiere und experimentiere aus. That's it. Nice, danke fürs Teilen, Anna. Cool. Sehr gerne. Was möchtest du sonst noch den Leuten, die zuhören, sagen, wo kann man dich finden, wie kann man mit dir arbeiten? Ich fange gleich da an, wo man mich finden kann, auf Instagram beispielsweise unter Anna-Sophie Köchl, K-U-T-H-L. Ich habe eine Website, also über meinen Instagram-Kanal kommst du auf meine Website. Ich hatte mal einen Podcast, den gibt es noch, auf Spotify, Ries oder Stirb heißt der, also sehr in your face, sehr klar und sehr ehrlich und die Botschaft, die ich euch, die ich dir mitgeben möchte, ist, es kommt sehr klar, probiere dich aus, mach genau das, was dir Angst macht, vertraue deinem Weg und vertraue dir und deiner Herzensstimme, deiner Stimme, deiner Intuition und deiner Körperweisheit, die in dir ist, jederzeit. Die Antworten sind alle in dir. Merci beaucoup, Anna. Danke, dass du da warst. Vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen lieben Dank.